wobei gras brauchen wir im augenblick keins also in erster linie brauche wir holz warum schläfst du holz mit ihr um während du im steinbruch arbeitest so verprügel den hier kann ich leider nicht sagen dass du das ding bemannen sollst na doch irgendwie konnte ich es dir sagen ja 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 So, jetzt brauche ich aber noch mehr Schwefel. Ich lasse dir erstmal hier das ganze Eisen abbauen. Oh, sehr gut. Er baut jetzt den Verstärker auf. Das heißt, ich kann hier jetzt meine ersten Wachposten errichten und hier auch nur zweimal in Auftrag geben. Auch wenn im Augenblick nur eine platziert werden kann. Und vielleicht, wenn ich die ein bisschen weiter hinten platziere, dann können sie nicht so leicht beschossen werden. So, meine Kampftruppe ist wieder ein bisschen vollständiger. Wir haben noch genug Eisen für eine weitere Rüstung. Bei den Nahkämpferverschleiß haben wir ja einen recht großen, was doof ist. So, wir sind im Augenblick in der richtigen Patz-Situation mit uns. So, wir sind im Gegner. Und dafür wird langsam unsere Festung größer. Ich muss echt auf meine Magier aufpassen. So, wir sind im Augenblick in der Schattel. Du, bring mal das Holz hier hin, wenn du es schon nicht brauchst. Jetzt werden wir hier unten angegriffen. Find ich nicht gut. Du, bring mal das Holz hier hin, wenn du es schon nicht brauchst. Ach, ein großer auch noch. Ich will nicht nur schon wieder einen Magier verlieren. Was machst du da? Okay, du stirbst. Was ist das? Ist es halt... Och ne, jetzt nehmen sie da oben schon wieder ein. Ich habe keine Ahnung womit. Das heißt, ich muss wieder Truppen aufstellen. Hey, Schwefel. Ich habe keine Ahnung. Also ja, ganz ehrlich, die AI, die bräuchte wirklich noch eine ganze Menge Überarbeitung. Ich meine, wir haben hier Leute, die laufen einfach mit Zeug rum, was sie gar nicht brauchen. Der Bauauftrag hier. Kann mal gelöscht werden. Ich mache einfach einen neuen. Okay. Ich muss halt halt wirklich vieles so micromanagen. Schön, dass du einfach das Zeug da hinschmeißt. Ähm. Genau. Das da wegpacken, bitte. Und holen den Steinbruch. Äh, ich hatte gerade Gegner auf dem Radar. Da oben. Ernsthaft, ich kapiere weder dich noch den anderen. Da ist schon wieder einer mit Holz auf dem Rücken. Im Steinbruch. Warum? 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 Aber nicht. Genau. Ich habe sie gerade wegpacken. Konzentriert euch voll auf den Fetten, bitte. Oh ja Gott, bitte das Tag werden. Was ist dein beschissenes Problem, ey? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst das Holz abliefern? Ich habe dich doch angewählt. Geh und lad das Holz da. Genauso, was ist dein Problem? So, ein neuer Operer. So, ein neuer Operer. Mitte hier aufstellen. Ja genau, da sind die Schwefel. Ey, wir haben es geschafft. Und welche Überraschung. Wir brauchen wieder Eisen. So, wir brauchen jetzt das. und ja ich muss gerade wirklich so viele soldaten zurückhalten ich bin froh wenn die mal im tunnel fertig sind dass ich den mal auf null stellen kann im augenblick habe ich wirklich acht leute die da soldaten sind wobei zwei kann ich jetzt mal abziehen hat doch kein deck ich habe das jetzt gerade erst wieder zurück erobert ihr säcke ja Ja gut. Wieso hast du schon wieder Steine? Ich kann mich das jedes Mal fragen, woher nehmen die Leute die Steine, woher nehmen die Leute das Holz? So, jetzt sollten die etwas besser zu tun haben. Ich sollte erstmal wirklich gucken, dass ich den da wieder einnehme. Ich sollte natürlich auch... Ah, ich habe den Bauauftrag. Gut. Ich muss warten, bis sich der hier regeneriert. Sollte ja eigentlich auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, aber... Es ist mal wieder Zeit für einen Cut. Also werde ich das Spiel speichern. Einfach hier drüber. Verschreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.